es gibt leider muss man sagen leider 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 gibt es ein gewinner und zwar ein gewinner der eigentlich gar nicht verdient hat das zu gewinnen oder überhaupt da was rein zu kommentieren weil er wusste ja die ganze Zeit die Antwort und hat dann blöderweise das kommentiert weil er seine Fresse nicht halten kann mein lieber Herr Sohn der Janni hat nämlich einfach reingepostet wer es ist und hat somit das ganze Spiel kaputt gemacht also danke Janni dass du das Spiel kaputt gemacht hast ja die Antwort ist Terence Hill blaue Augen und so weiter als wären auch richtige Antworten gewesen äh bla 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 wer ist Joachim Raff äh kenne ich nicht äh muss ich mal googeln äh habe ich noch nie gehört äh ja schade 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 aber ihr werdet also Carpe Diem war ja auch dicht dran ähm der äh hätte es glaube ich auch jetzt äh spätestens irgendwie rausgefunden wer es ist ähm ja danke Janni dass du das Spiel kaputt gemacht hast und äh ja das war's erstmal mit wer bin ich weil so viele haben nicht mitgemacht deswegen ähm werde ich das jetzt erstmal wieder ruhen lassen und vielleicht ja vielleicht mache ich es ja auch nochmal wieder aber jetzt im Moment habe ich viel andere Sachen zu tun die Woche über also die äh die nächsten Wochen habe ich immer ein bisschen was zu tun und äh viel ein bisschen Arbeit und so und ähm da werde ich das halt auch nicht jeden Tag irgendwie regelmäßig schaffen können und deswegen lasse ich es erstmal weg und bleib eben bei meinen Videos auf äh auf den Samstag die werden halt weiterhin kommen das kriege ich irgendwie immer hin da ein Video zu machen aber äh ja nie jeden Tag das werde ich jetzt die nächste Zeit zum Glück nicht schaffen weil ich in der glücklichen Lage dann äh viele viele schöne Drehtage bekommen zu haben ähm ja ich wünsche euch noch äh eine schöne Woche ne schaltet Samstag ein ne und äh bis dahin und ja